Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit. Morgen den 11.11. Ich habe jetzt ein Liter Wasser und stelle das jetzt auf Magie. Und das wird sich jetzt aufladen. Magie! Wenn ihr dabei sein wollt, ein bisschen Magie in die Erde, auf Mutter Erde zu verbreiten, macht ihr mit. Heute Abend noch oder auch morgen könnt ihr das ja auch noch machen und dann abends. Und ihr könnt es in Fluss dann reingießen. Ihr könnt Magiewasser selbst trinken. Das kann aber auch in Giften wirken. Also wenn ihr Durchfall bekommt oder so, vielleicht dann nicht ganz so viel trinken. Und sonst ins Abwasser gießen. Weil wir haben ein Wasser auf der Erde. Und stellt euch vor, wenn jetzt ganz viele Menschen das machen und auch teilen und so, dann entsteht ganz viel Magie. Also sei dabei. Es ist wieder von der Sandra Lau. Ich werde ihr Video verlinken. Und ich habe sie auch wieder gefragt, ob ich sie da unterstützen darf. Mit dem, weil ich mache ja auch gerne das Liebeswasser. Und ja, ich freue mich, wenn ihr da mitmacht, ein bisschen die Erde zu verschönern. Lichtboten sein, was auch immer. Fühlt euch frei, selbst magisch zu werden und die Magie auf der Erde zu verbreiten. Ich habe mich entschieden, zwei Wasser zu machen mit Magie. Genau, dass ich eins trinken kann und eins für die Erde nutzen kann. Für Mutter, Natur, für die Menschen, für alles, was uns umgibt. und auch, ja, für alles gut ist. Für jeden. Mhm.